Hallo, wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Es geht mir gut, danke. Wie heißt du? Ich bin Alexandra. Ich bin Alexandra. Sehr gut. Wie alt bist du, Alexandra? Ich bin neun Jahre alt. Sehr gut. Lies bitte schön. In der Freizeit. Hallo Tina, wie geht's? Es geht mir gut, danke. Ach, gut, danke. Tina, ich gehe heute nicht in die Schule. Ich bin frei. Was machst du am Nachmittag? Ich möchte in den Park gehen. Möchtest du mitkommen? Ja, gerne, aber ich muss zuerst mit meiner Mutter anrufen. Du, Ulrike, wirst kommen? Wir können gerne in den Park mit den Spielsachen spielen oder mit dem Fahrrad fahren. Ja, das ist eine gute Idee. Im Park laufen und springen mit zwei Freundinnen. Nach zwei Stunden, nach Tag, Ulrike. Tina, ich muss nach Hause gehen. Ich muss nach Hausaufgaben schreiben. Also, Tschüss, Tina. Bis bald, Ulrike. Ja, ich muss nach Hausaufgaben schreiben.